einen wunderschönen guten abend und herzlich willkommen zurück zu raft teil 2 ja im letzten spiel hatten wir ja hier unser zeug gebaut schon den anfang jetzt habe ich gerade da unten gesehen da unten war irgendwo noch sand habe ich gesehen ja genau doch den brauchen wir come on yo ich muss mich ja schon wieder ein bisschen erholen so da haben wir ja ein bisschen jetzt was gesammelt na also das waren zumindest jetzt mal drei sand haben wir jetzt das gott das ist perfekt das ist genial was wir brauchen ist einmal definitiv so die energie steigt und wir fangen jetzt am besten mal an und angeln erst einmal ein bisschen was hat noch einmal schmeißen wir mal die angeln rein so noch einmal ein fisch zu braten könnte ich jetzt noch ein bisschen energie kriege hier bei meinem dummen glück kriege ich jetzt ein riesenvieh das war bloß ein kleiner habe ich gesehen so kleine fatzen wie ja siehste Mist, Mane! Sauer. Gott. Flo ist gerettet. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Oh, das muss auch. Jetzt schmeißen wir mal da drauf. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt erst mal weiter. Wir halten dann an der nächsten Insel an. Ich denke mal, da wird es noch mehr als genug geben. Was wir jetzt natürlich dann noch machen, ist definitiv gleich der nächste Wurf. Oh, mal da her. Es ist Zeit, Lebewohl zu sagen für diese Insel. Scheiße, ich sehe gerade davon, da hätten wir Dicken Eis haben können. Egal. Auf dem Weg dahin werden wir noch mehr kriegen. Ich sehe gerade Eisen. Könnten wir vielleicht noch... Nein, geht nicht. Schweinerei. Wie sieht denn das eigentlich aus mit einem Segel, verdammt? Also das wäre doch schon mal was Feines. So richtig schönes... Oh, lieber Gott. Wir haben hier nur noch fünf Holz. Palmblätter haben wir auch noch dazu. Oh, leck mich doch am Arsch, ey. Das Horst wieder Eis sammeln. Ja, damit... Holz, Plastik... Alles, was nicht Nied- und Nadelfest ist, wird mitgenommen. Jetzt warten wir gerade, bis der kommt. Dann nehmen wir den gleich mit. Bin ich mal gespannt, bis man, wenn man die erste große Insel findet, was da auf mich zukommt. Guck mal, da drüben ist wieder so eine blöde Insel. So ein Bötchen. Come on. Ja, herrlich. Plastik. Sauber. Holz. Sauber. Super. Äh... Letztlich. Danke. Hu. Damn it. Oh nein. Bauplan. Bauplan. Äh, damit. Oh, schon wieder Insel. Oh, das sieht wieder aus wie eine kleine. Wo ist mein Paddel? Geh mal hier. Geh mal hier. Scheißegal, da gibt's was zum Fressen. Was ist das? Das ist das anziehungsvolle. Oh, das ist das anziehungsvoll. Das ist das anziehungsvoll. Das ist das anziehungsvoll. Scheiße. Das Paddel ist gleich im Arsch. Oh, da gibt's drei Bäume. Oh, da gibt's drei Bäume. Das ist schon immer sehr... Oh, da oben gibt's ein ganzes Ding voll. Das ist ja der Bröller. So. 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 Geh jetzt schon nochmal. Weiße Blumen können wir mitnehmen, die haben wir sowieso dabei, genauso wie die gelbe. Was wir brauchen, ist definitiv... Oh. Fuck, ey. Was passiert denn, wenn ich den Bauplan da oben rein tu? Erforscht. Okay. Also was wir brauchen, ist definitiv mal ein bisschen Platz daneben. So. Die kommen weg. Die kommt weg. Hör mal. Das ist schon wieder was zum Fressen. So. Wir sind wieder fit. Kein Problem. Das ist schon wieder was zum Fressen. Das ist schon wieder was zum Fressen. Sauber. Das machen wir mal. 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 Pollenblatt, Flanke, Mango, noch ein Mango, alles herrmisch. Ah, schon vier Mangos, das ist gut, das ist sehr gut. Scheiße. Was ist ein Melonesame? Nehmen wir mal lieber den Samen, weil wir mit dem können wir mit Sicherheit besser was auffangen. Da oben ist noch was. Oh, leck, da ist eine Kiste. Haben wir Ananas dabei? Ne, ne? Scheiße. Jetzt bin ich gerade überlegen, was könnte man da weghauen? Und das haben wir so. Hauen wir uns mal die Kartoffeln rein und nehmen wir die Ananas mit. Definitiv. Glas, Fischeintopf, Glas aufnehmen, Bolzen. Leck mich doch. Glas. Rezept, Bolzen. Scheiße, Mann. Ja, mal das weg. Den Bolzen brauchen wir. Mal gucken, ob wir noch irgendwas wegschmeißen können. Was eventuell nicht allzu wichtig wäre. Ich würde mal sagen, wir schmeißen mal die weg. Von den Dingen gibt es mehr als genug. Was am Melon ist, Samen. Äh. Fischeintopf. Hab ich den nicht mitgenommen gehabt? Hm. Uh. Den hauen wir um. Kokosnüsse ist Rapsflora. Palmblatt. Wo ist die scheiß Kokosnüsse? Rote Blume. Hm. Da unten. Blauer Samen. Gelber Samen. Ich würde sagen, das reicht erst einmal. Machen wir erst einmal ein bisschen größer das Ding. Jetzt habe ich es gerade weggemacht, du dumme Sau. Scheiß Kerl. Gehen wir mal mit. Guck mal. Jetzt haben wir natürlich wieder keinen. Meine Fresse. Ey, was mir ein Plastik braucht. Das ist ja echt nicht normal, ne? Ach. 18, 13. 18, 11. Palmblätter-Hämmer 20. Das ist in Ordnung. Ach, da ist noch ein Baum. Guck hin. Das reicht doch. Kokosnuss. Kokosnuss. Pass auf, da essen wir jetzt mal die Ananas und da können wir die Kokosnuss mitnehmen. Gute Wahl. Ich will mal gucken. Oh, sie ist nichts mehr. Wollen wir mal gucken vielleicht. Kunststoff brauchen wir acht Stück. Das ist ja der Wahnsinn. Was wir alles brauchen. Das ist der Hammer. Super. So, aber ich weiß was wir noch machen können. Und zwar den Bolsen. Einmal entforschen. Das ist ja jetzt wohl mal ein Wort. Insektennetz. Du heilige Scheiße, was will ich mitnehmen? Insektennetz. Jungs, was habt ihr hier alles reingemacht? Fuck, Alter. So, schauen wir mal. Schmelze, Trockenziegel, sechs Stück. Sechs Nägel. Oh, leck mich doch am Arsch, ey. Jetzt gucken wir erstmal nach Werkzeug. Weil ich diesen großen Haken hätte ich gern. Wie kriege ich so ein Bolsi? Wo ist denn der? Ein einfacher Bohren könnte ich schon machen. Guck, das ist doch schon mal was. Wo ist der Bolsen verdammt? Wie kriege ich denn? Aha. Ah. Reiniger. Ich brauche immer noch viel Kunststoff. Also das ist das nächste was wir definitiv machen müssen. Egal wie. Kunststoff, Kunststoff, Kunststoff. Das ist das nächste was wir definitiv machen müssen. Das einzige was ich brauche ist Kunststoff. Das ist echt zum kurzen. Afunseln, Teppich, Schild, Kalender, alles mögliche Kunststoff machen. Bloß das was ich brauche kriege ich wieder nicht, ne? Seil, Stein. Fakt ist ich brauche diesen Scheiß. Dazu brauchen wir einzelne verfickte Bolsen. Was ist denn der? Oder haben wir den noch gar nicht gelernt? Metallbarer natürlich. Was denn der sonst? Das heißt. Wir brauchen diese blöde Schmiede. Vielleicht sich bloß wo die ist. Schmelzer, nicht Schmiede. Sechs trocken Nägel. Und zwei. Wir müssen tauchen. Das hilft alles nichts. Wir brauchen... Wir brauchen Sache. Hm. Da ist aber auch gar nichts, ne? Den brauchen wir. Der fickt mich ganz schön, der Sacki. Noch ein Ding und ich bin im Arsch. Uh, erst mal Energie sammeln. Scheiß Drecksvieh ey. Da ohne ist Sand. Gut, den Sand haben wir. Wichtig, wichtig, wichtig. Wie macht man Trockenziegel? Ne, warte mal. Nasse Ziegel muss man machen, ne? Ohne Scheiß, nasse Ziegel. Sand und Ding. Ah, da hätten wir schon einer. Wir brauchen noch Ton. So, das war mal das. Wollen wir was zum Fresser noch dazu. So. Sand und was weiß ich was alles, ne? Ach Gott, nochmal. Wer frisst mein Boot, die Sau? Meine Gesundheit lässt zu wünschen übrig. Wurde ich es nur mal gesagt haben. So, da müssen wir jetzt mal rein gucken. Mal von oben gucken, ob hat irgendwo Sand irgendwas in der Art. Nachmittag Nacht. Ja. Mal von oben gucken. Oh, das ist schott! Oh, das ist doch, ey! Aber gar nichts, ne? Was ist das denn? Was ich brauche, ist Eisen und so'n Scheiß! Seetang nehmen wir auch mal mit! Gut, Ton! Das war wichtig! Was ist das denn? Ein bisschen weiße Sand! Ton! Wahnsinn! Schrott! Riesenmuscheln nehmen wir auch damit! Er mit! Alles! Er mit! Hi! Lässt mich in Ruhe! Oh! Wichtig! 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 Bin ich denn? Oh, lieber Gott! Ja! 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 Das ist sehr gut! Gefällt mir! Wunderbar! Perfekt! Einen Sand könnte man halt noch gebrauchen! Da könnte man noch einer machen, ne? Hinsch da was? Hinsch da was? Ich hab's drauf geschissen! Wir fahren jetzt mal weiter! So, die Reise geht weiter, 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 oder auch nicht, wo ist mein Paddel? Komm, machen wir ein bisschen hin, dass wir da mal auf den Fahrrad kommen, so, jawohl, jetzt geht es weiter, 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 Äh, Paddel könnten wir gebrauchen, neues, äh, wollte es nur noch mal gesagt haben, scheiße, ich brauche schon wieder Kunststoff, Gut, wir fahren aber, wofür, jawohl, wir fahren, gut. Da ist alles voll, ich glaube, diese, äh, Blumenscheiße, was wir da drin haben, ne? Das können wir alles noch irgendwann zusammensammeln, wisst ihr das? Das schmeißen wir jetzt einmal. Alles weg. Weil ich mir brauche den Platz daneben. Jetzt ist das Ding kaputt, die dumme Drecksau. Los, Dick! Und Holz. Äh, damit. Nein, da ist ein Fass vorbei. Scheiße. Mit. Hauptsächlich Plastik. Fass. Ja, Mann! Bauplan Antenne. In Ordnung. Come on! Ja, ja. Ja, ja. So, fahrt mit dem Scheiß. Danke. Scheiße, ich bin da fast voll, ne? Scheiße, ich bin da fast voll, ne? Super. Jetzt passt der Vieh schnitt hin, weil der zu groß ist, ne? was du da fast voll? Ah! Oh oh, da vorne kippt was Großes. Was verdammt Großes. Und ich hab keinen Stein mehr. Na super. Ja, das ist eine große Insel. Oder ist die gar nicht so groß? Oh, lass dich her. Ja, damit. Holz. Holz. Ich glaube, das ist gar keine grause Insel. Hallo. Hallo. Hoffentlich ist da ein Stein drin. Hoffentlich ist da ein Stein drin. Nein, aber Plastik. Viel, viel Plastik. Himmelarsch. Ich brauche einen Stein. Verdammt. Ich baue eine Abend. Dbags. Ich halte sie über Neuner Sie. T triple disponibel. Der hat noch alles in Europa. Ich darf doch mein Kunststoff nicht wegschmeißen. Bin ich da wahnsinnig? Ich brauche einen steinverfliegte Kacke. Wenn ich da jetzt runterspringe, ne? Ich brauche einen Stein, verdammt. Boah, Alter, da muss ich definitiv bleiben, ey. Ich brauche einen verdammten Scheißstein. So wie es aussieht. Bleibt mein Boot daneben stehen. Das wäre natürlich richtig nice. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass ich da lieber ein Ding hinmache. Ja, wie schon. Da ist kein Stein, kein gar nichts, ne? Wie komme ich denn eigentlich da rüber? So, da läuft es doch wohl irgendein. Ich hole mir mal die Kiste da drüber. Ah, sie ist wie er kennt, steht dabei. Plastik. Plastik. Kunststoff, Entschuldigung. Ja, das hast du echt toll gemacht, Hai. Ich bin stolz auf dich. Zerberknapp, ey. Ja, ja, fress mal das Boot. Das ist echt zum Kotzer. Ich muss das Zeug einsammeln. Hilft alles nix. Du, is. So, ich glaube, ich kann Trockenziegel machen, könnte es sein. Äh. Jo, Mann. Äh. 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 Was für Stück vom Boot hat er denn schon wieder gefressen, die dumme Sau. 36, 2, wieso kann ich kein. Ach, das hängt an dem blöden Stehtrohr, hä. Ja, freilich, was denn was soll's. Oh, das ist immer so, dass das mal ein bisschen größer wird, ey, ne. Jetzt haben wir zwar wieder nur noch altplastisch, aber egal. Fakt ist definitiv, mir hätte jetzt mal ein Cut hier reinmachen, hier. Nein. 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 Jetzt gehen wir noch weiter. Ach, du Scheiße. So war das jetzt nicht geplant. Fuck, Alter. Eigentlich wollte ich die Insel noch ein bisschen auskundschaften. Vor allem das Essen auf dem Ding, also. Wäre echt nice gewesen, aber uns fehlt leider ein Stein. Dumm gelaufen. Fakt ist, wir machen hier jetzt einen Cut rein. Äh, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, bleibt dran. Ansonsten bedanke ich mich natürlich bei jedem, der hier reingeschaut hat. Und sag hier erst einmal, tschö mit dir. Ciao mit Frau. Und bis zum nächsten Mal.